Hallo alle miteinander, wir sind hier gerade bei der Premiere von Cobra 11 für den neuen Pilotfilm, der am Donnerstag jetzt anfängt und ich begrüße hiermit alle französischen Fans, alle belgischen Fans und alle Fans in der Schweiz, die auch Französisch sprechen. In diesem Sinne, au revoir. Hallo, bonjour, je m'appelle Vincent et je vis à Berlin et Cologne. Mehr kann ich leider nicht, aber ich sage hallo nach Frankreich und ich hoffe, euch gefällt, was wir hier machen. Es gibt einen tollen neuen Pilot, den haben wir gerade gesehen. Und ja, ich bin gut angekommen, fühle mich sehr wohl bei der Cobra. Wie gesagt, ich hoffe, es gefällt euch, was ich mache und wir uns bald mal sehen können, vielleicht sogar in Frankreich. Alles Gute, ciao. Bonjour, je m'appelle Francais. En Francais, c'est pas très bien, mais je sais. J'espère, vous êtes heureux, que la nouvelle Staffel, qu'est-ce qu'on dit? Saison. Saison, ja, l'Arte au bras a commencé. Bonne chance, ça va. Hi, ich bin die Katja, oder euch jetzt Kim Krüger bekannt. Ich hoffe, ihr kommt weiter, morgen geht's wieder los mit der neuen Staffel. Ich wünsche euch alles, alles Liebe und viel Spaß beim Gucken. Tschüss, tschüss. Hallo, ich begrüße die französischen Fans hier von der Pilotfilm-Premiere. Vom neuen Pilotfilm Cobra 11. Sehr emotional, sehr krass, sehr düster, aber ich glaube, es wird euch gefallen. Und ich bin auch kurz mal, aber ich bin dabei. Und ich sage mal, viel Spaß. Hallo liebe Fans in Frankreich. Ich freue mich sehr, dass ihr unsere kleinen Seiten uns mögt und bleibt weiter dran. Wir geben alle Tiere und schicken viel, viel Grüße nach Frankreich. Adieu.